Wir sind, wie gesagt, in der Nacht damals am 30., 29. ausgereist, 30. in Braunschweig mit dem Zug angereist. Wir waren wie bei der Großmutter, haben erst mal gesagt, wir sind hier und bräuchten erst mal Tipp, wie wir das weiter gestalten. Und Gestaltung war, dass man erst mal mit Friedland Kontakt aufnehmen muss. Und sie hat für uns nach Friedland angerufen, nach dem Motto, hier ist meine Enkelin mit dem Ehemann und die wollen sich registrieren lassen. Die wollen nicht mehr zurück in ihre Heimat. Die sind zwar irgendwie zu Besuch gekommen, aber die wollen hier bleiben und wie macht man das? Und dann, als sie angerufen hat, hatten die Friedlandleute damals gesagt, sie sollen am Montag zu uns kommen. Am Montag, das war der 5. Oktober, sollen wir hierher kommen und so sind wir mit der Bahn am 5. Oktober 1987 hierher gekommen zu unserer Friedlandwoche. Ja, ja, Friedlandwoche. Sogar zehn Tage waren wir hier. Flitterwochen in Friedland. So ist das. Und wie war das, als sie hier ankamen? Also für uns war das alles positiv. Also wir waren so positiv eingestellt, wir waren so glücklich, dass uns das gelungen ist. Also dieses über Freude, über Scham auf Freunde, ich kann verstehen, also wenn es Leute gegeben hat, die vielleicht also sich mit diesen Rahmenbedienungen hier noch nicht gefunden haben. Aber für uns, wir waren zusammen, wir waren in der Freiheit, uns ist nichts passiert. Und ja, es gab so kleine Ergebnisse und Ereignisse im Friedland. Als wir gekommen sind, am 5. Nächsten Tag hatten wir hier auch ein Aha-Erlebnis gehabt, wo wir nachhinein das erstmal also realisiert haben. Wir sind am 6. hier spazieren gegangen bei der Glocke. Also wir sind am Abend hier gekommen und am 6. am Tageslicht und dann wollten wir wieder sehen, wo wir sind. Ich weiß bis heute, in welchem Block wir da also übernachtet haben, habe ich gerade hier gesehen. Und dann gehen wir spazieren und auf einmal kommt also sehr viel Trubel. Also da in Unweit hier sehen wir ein Hubschrauber landet. Auf einmal Polizei, viele Leute in Anzügen und Friedland war voll damals also mit Menschen. Und wir stehen da, also hier bei der Friedland-Glocke und auf einmal kommt ja eine Traube von Menschen auf uns zu. Wir waren da mit anderen Leuten, aber wir standen in der ersten Reihe und auf einmal kommt ein Herr auf uns zu und gibt uns die Hand und begrüßt uns. Also hier ganz herzlich. Ich sagte, naja, das ist ja nett. Also da kommen Leute angeflogen, uns zu begrüßen. Nachhinein haben wir erfahren, das war der Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker. Und ich habe dann also, wir haben recherchiert und es gab also an dem Tag hier 30 Jahre Friedlandshilfe. Und aus diesem Grund ist er hier gelandet. Aber wir haben geschmunzelt. Sogar der Bundespräsident hat uns begrüßt. Also solche Ereignisse haben das also natürlich auch alles relativiert. Also wie gesagt, und wir haben hier, Friedland war, auch wenn es schon 26 Jahre sind, also für uns ganz wichtig und prägend, auch für unsere Zukunft für Deutschland. Denn in Friedland hatten wir diese Außenstelle von Otto Bennecke Stiftung, also hier vorgefunden. Und die haben uns einen Weg gezeigt, also wie wir als junge Leute hier in Deutschland also auch Fuß fassen können. Ich hatte zwar eine technische Ausbildung als Elektromonteur, also in Polen, aber das war nicht mein Traumberuf, zumal ich auch gesundheitlich, was ich schon angehört habe, nicht also, ich hatte mit meinen Beinen also immer wieder Probleme. Also ich hatte einen ganz schlimmen Unfall als Kind. Und ich wusste, auf Dauer werde ich also so einen handwerklichen Beruf, also nicht das ganze Leben also ausführen können. Und andererseits, durch mein Handicap, gesundheitlich, hatte ich auch immer eine gewisse, einen sozialen Ader. Ich war viel in Krankenhäusern, viel mit Behinderten zu tun. Und ich sagte, Mensch, für mich wäre also dieser pädagogische Weg, also ganz gut, aber natürlich erst mal Sprache, wir konnten kein Deutsch. Und hier sind wir in Friedland, also an dieser Außenstelle, also von Otto Bennecke Stiftung gelandet. Und da hatten wir mehrere Beratungen und die haben uns gesagt, Mensch, ihr müsst nicht unbedingt diesen normalen Weg gehen, arbeiten gleich und dann ist man in einem bewissen Sektor, hat eine gewisse Sicherheit, aber man kann einen anderen Weg gehen, Sprache schnell lernen, aber gut, mit einem speziellen Sprachkurs und dann deutsches Abitur und dann eventuell einen akademischen Weg. Und wir sind diesen Weg gegangen, also auch dank Friedland. Also das ist auch ganz wichtig. Musste man sich da in besonderer Weise für bewerben oder ausgewählt werden? Nein, man musste nachweisen, dass man also die Voraussetzungen erfüllt. Das konnte nicht jeder. Wir hatten beide schon eine gymnasiale Vorausbildung, nur das polnische Abitur war also in manchen Sektoren nicht anerkannt. Und um akademische Ausbildung hier vorzunehmen, brauchte man also eine Hochschulreife, abgesehen von der Sprache. Und deswegen für die Otto-Bennecke-Stiftung war nur eine Hilfe für Menschen, die quasi, sei es kurz vor Abitur, also Polen oder DDR, nicht, aber damals Rumänien auch. Aus Rumänien waren auch Leute da, schon teilweise auch aus ehemaliger Sowjetunion, 87 die ersten Ankommlinge. Für die Leute war das eine Möglichkeit, also ein deutsches Abitur zu erwerben, erst mal Sprache lernen und dann an diesem sogenannten Sonderlehrgang, ein Jahr lang, übrigens hatte ich das auch in Göttingen hier, unweit von Friedland gehabt, absolviert, ein Abitur, also deutsches Abitur hier zu absolvieren.